All these empty buildings, it's unsettling. No signs of resistance must have nothing. Ja, du nervst. Mich nervt auch wie Schmettern, die man manchmal nicht hochhebt. Ja, du wirst. Nichtsdestotrotz, noch nicht zu verlieren. Lass los. Ah, nein. Okay, wo waren wir jetzt hin? Ah, okay. Wann, ich kann so das? Nice. Okay. 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 I am assuming direct control. Ah, ja. Vorbote. Das muss man ja natürlich mitnehmen. Ah, ja. Ah, ja. Und wir finden hier so viel Munition für schwere Waffen. Da können wir ja das Ding mal ausprobieren. Wiring a high-impact shot. Ah, ja. Ja, ja. Schuss Kompany get out here now Erzählen Sie von der 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 Was ist das? Die Schreiber sind auf der Seite. Na, Niki kann ins Visier. Was ist das? Auf jeden Fall ist es hässlich. Was ist das Ding scheint zu funktionieren? Ja, renn nicht in den Weg. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da so viel Munition für schwere Waffen im Spiel gab. Also, ich habe das in Erinnerung, dass man sie alle Jubeljahre mal gefunden hat. Ne, mit welchen habe ich sie auch nur selten eingesetzt. Biotik Schaden, ja, das klingt sinnvoll. Ja? 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 Na gut, erst das Clankvieh. Und jetzt der Rest. Wow. Hast du's, ne? Kann sich meine Barriere jetzt mal regenerieren? Danke. Ja, ich hab leider nicht wirklich was, was gegen ihn helfen würde. Was ist denn das? Ja, ich hab leider nicht. Ich empfehle eine defensivere Position. Ich werde nicht auf die erhöhten Generator-Aufnahme maskieren. Die Schlektoren werden mit Kraft reagieren, um es zu stoppen. Wir werden sie zu stoppen. Viel Spaß. Vielleicht nicht. Die Schlektronen verhindern sich. Ich sage euch, die Schlektronen zu stoppen. Energiezellen, die sollten wir uns vielleicht mal nehmen. Hier. Enjoy. We are the harbinger of our destiny. Your form is fragile. This should slow him down. If I must turn you, Shepard, I will. Na ja. Ich würde eher sagen, nicht. Nothing stands against us. There we go. My passing fail-safes and attempting emergency power-up. Please hold a defense tower. There we go. Your time will run your way. Let's roll your wings. Ich gebe dir- Oh-oh. Gut, dann gehen wir mal in eine bessere Position. Wenn es eine gibt. Schöpferd! 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 Das ist ein Gerät. Die Kraft werden nicht verletzt. Die Möge ist 60%. Die Norte sind die Norte. Siebt nur für die Norte. Gehen Sie die Tauern. Das ist ein Gerät. Du kannst nicht die Worte. Das ist ein Gerät. Von wo? Zeit für die schweren Geschütze. Das sieht gut aus. So sehe ich das gerne. Die Schmerzen sind auf die Schmerzen. Das war die Schmerzen. Der Schmerzen ist eine Schmerzen. Der Schmerzen ist eine Schmerzen. Das ist ein Schmerzen. Das war's. Es ist zu spät. Es gibt nichts, was wir tun können. Sie sind weg. Half der Köln ist in da. Sie haben Egan, Sam und Lilith. Ich wollte es nicht so enden. Ich habe das, was ich konnte. Mehr als die meisten, Shepard. Shepard? Wait, ich weiß diesen Namen. Ich bin sicher, ich erinnere dich. Du bist ein großer Allianz-Hero. Commander Shepard, Captain of the Normandy, the first human Specter, Savior of the Citadel. Du bist in der Presence of a legend, Delan. Und ein Ghost. All the good people we lost and you get left behind. Figures. Screw this. Ich bin mit deinen Allianz-Typen. Ich dachte, du warst tot, Commander. Wir waren alle. Ich warst tot. Eine Reunion muss warten. Cerberus hat mich zurückgebracht, um so zu stoppen. Du bist mit Cerberus, oder? Gerriss auch. Ich kann nicht glauben, dass die Zahlen richtig sind. Zahlen? Du meinst, dass du schon wusste? Allianz-Intell glaubt, dass Cerberus hinter den Menschenkollonien sind. Ich muss sagen, dass diese Kollonien vielleicht die nächsten Menschenkollonien sind. Andersson stöhnt mich. Ich arbeite nicht für Cerberus. Cerberus und ich wollen das gleiche. Um unsere Kollonien zu retten. Das bedeutet nicht, dass ich ihnen zu antworten. Das glaubst du wirklich? Oder ist das nur, was Cerberus glaubt, dich zu denken? Ich wollte die Gefühle, dass du hier leben bist. Aber ich habe nie etwas wie das erwartet. Du hast deine Beine auf alles, was wir für uns standen. Caden, du kennst mich. Du hast nur das gemacht. Du hast es selbst gesehen. Die Kollonien sind die Kollonien auf den Menschenkollonien. Und sie arbeiten mit den Reapers. Ich will dich, Schöpferd. Aber ich glaube nicht, Cerberus. Sie können die Gefühle von einem Reapers zu manipulieren. Was ist, wenn sie hinter den Kollonien sind? Was ist, wenn sie mit den Kollonien arbeiten? Damokaden, du hast so geboten auf Cerberus, dass du das reale Gefühle verholt hast. Ich bin, dass du nicht zu hören hast. Kommen Sie mit mir. Ich kann jemanden wie du und meine Kollonien befinden. Ich kann jemanden wie du und meine Kollonien befinden, Caden. Aber ich weiß noch nicht, wo meine Kollonien liegen. Ich bin ein Allianz-Soldier. Ich werde immer sein. Ich muss zurück zum Citadel zurück. Sie können entscheiden, ob sie deine Geschichte glauben oder nicht. Ich könnte jemanden wie du und meine Kette benutzen, Caden. Es wird nur wie die alten Zeiten. Nein, es wird nicht. Ich werde niemals arbeiten für Cerberus. Tschüss, Shepard. Und schau dir. Joker, sende die Schutte um uns zu holen. Ich habe genug von dieser Kollonien. Schepard. Gute Arbeit am Horizont. Hoffentlich werden die Kollektoren zweimal denken, bevor sie eine andere Kolonie anzutauschen. Es ist keine Reise. Wir haben die Kollektoren verabschiedet, aber sie haben noch halb die Kolonie abdukt. Das ist besser als eine gesamte Kolonie und mehr, als wir es geschafft haben, seit die Abduktionen begonnen haben. Die Kollektoren werden jetzt mehr vorsichtig sein, aber ich denke, wir können einen anderen Weg finden, um sie inzutauschen. Die Ködern? Gehen wir in die Offensive. Ja. 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 Ja.